Ein ganz normaler Tag, kein Problem. Michael ist Freiberufler und weiß ganz genau, wie man sich organisiert. Das bisschen Haushalt, zwischendurch die Kinder, ein bisschen Homeoffice. Und ganz wichtig, der Auslandskrankenschein muss heute noch bei der BIC bestellt werden, sagt Heike. Mit dem Direktprinzip der BIC, kein Problem, schick uns einfach eine E-Mail. Apropos Direktprinzip, vielleicht wäre es ganz gut, die E-Mail direkt zu verschicken. Mittag, die Frisur sitzt und der Kleine auch, auf dem Topf und das ist gut so. Jetzt noch schnell die Lasagne aus dem Ofen und dann aber die E-Mail. Was? Telefonat mit der Redaktion? Jetzt? Riesig. Grundgütiger, die Lasagne, ich muss auflegen. Was denn noch? Ach Heike, Schatz, wie schön. Die Kinder, alles im Lot, macht ja keine Gedanken. Wie? Die E-Mail, welche E-Mail? Oh Gott, jetzt ist alles zu spät. Aber Michael, entspann dich, nichts ist zu spät. Alles ist gut, denn deine BIC ist immer geöffnet. Schneller Service, jeden Tag und rund um die Uhr, egal wo du bist. Persönlicher Online-Service und kostenlose 24 Stunden Direkt-Hotline. Die BIC-App für unterwegs. Direkten Kontakt gibt es mit dem Beratungs-Shed auf der Website oder über dein Netzwerk Facebook und Twitter. Einfach, schnell, direkt. Und jetzt schick uns einfach deine E-Mail, Michael. Oder besorge dir den Auslandskrankenschein direkt über die BIC-App. Oder besorge dir den Auslandskrankenschein direkt über die BIC-App. Untertitelung des ZDF, 2020